Damit schauen wir nach St. Petersburg, nach Russland. Da soll es gestern Abend zu einer Explosion am Flughafen gekommen sein. Von der Detonation selbst gibt es keine Bilder. Zu hören ist lediglich das Geräusch der Explosion. Über Schäden gibt es bislang keine Informationen. Berichten zufolge hat sich der Vorfall in einem Flugzeugreparaturwerk ereignet. Eine offizielle Bestätigung von Russland selbst gab es bisher nicht. Auch die Ukraine hat sich zu diesem Vorfall noch nicht geäußert.